Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von CREATIVES mit dem guten Nico. Hallo. Hallo, eben hallo. Ein bisschen Emotionen. Ja, ich bin endlich da. Ich bin mit Emotionen und bereit für dieses fucking beschissenes Spiel. Okay. Was laber ich? Manchmal, was ich für Scheiße laber, ich mache mir selber manchmal Angst. Kannst du das nachvollziehen, oder? Ja. Stein, ich muss jetzt alles, alles wegmachen? Alter. Nein. Äh, das ist die... Ah, da. Komm, wir machen das hier rein. Da. Was haben wir da hier? Meißen haben wir Stein hier. So ein Scheiß. Ah, das kann ich hier reinmachen. Äh... Wir brauchen Kohle. Ich habe Obsidian. Boah, trotzdem Kohle. Habe ich Obsidian? Wir brauchen Kohle. Unbedingt. Und wir verrecken halt. Na komm, schmeißen die alles hier rein. Mir ist Scheißegal. Zack, 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 zack. Okay. 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 Ich meine von... Äh, was? Ah, super. Ich bin so behindert. Ähm, wo ist das? So. Von den Blocken ist das echt verdammt viel, gell? Ja. Ja. Irgendwo Pflanzen war, hier, gell? Kollen? Was machst du da? Ich sehe jetzt nicht durch die Fenster, wie du springst, ganze Zeit. Hm. Hm. Ich glaube, das war echt... Mache ich das? Hallo? Das. Das. Was habe ich das? Obsidian. 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 Das. Das machen wir auch rein. Das mache ich auch rein. Das geht auch rein. Ähm. Mach ich das auch rein. Ero. Ja, gut. Langsam habe ich mehr Platz. Das ist sehr gut. Oder nicht so gut. Warte mal. Komm, mach ich das auch hier rein. Mir ist scheißegal. So, fertig. Okay. Was ist? Ich habe ein Fenster gemacht. Geil. Ja. Joa, sie... Das Glas ist... bisschen milchig. Milchig. Okay. Ja. Aber ich glaube, das sollte besser aussehen. Oder? Hier. Was? Wo? Fensterdrehung. Ja. Wow. Nicht schlecht. Also, ich kann nicht das durch. Okay. Sieht besser aus. Kann man mehr sehen, als diese kleine Fensterchen. Was habe ich hier eigentlich? Äh, nur Bullshit. So. Schauen wir mal, ob kann ich mir... Ne. Das habe ich schon gelernt. Okay. Wo ist Bücherei? Da, Bullshit. Wo ist das hier rein? Wo ist das hier rein? Also, Nummer 3. I-l-l-ol. Aha. 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 Super. Gut zu wissen. Komm, wir machen die Kräste mal rein. Zack. Und oben ist... Was haben wir oben? Ich glaube, da haben wir eine gesehen. Bisher gleiche. Ja. Da haben wir ja. Äh. Was haben wir da? Okay. Okay. Ich mache heute diese verdammte Tutorial. Weil sie gehen mir ja so auf den Piss. Sag ich dir. Ja. Weil... Nach... Nach Jahren kommen wir ja... Endlich spielen wir... Creative ist. Und dann sag mir... Muss ich Tutorial noch machen. Ja. Äh... Okay. Das habe ich schon. Und der andere, der weiße... Wollt ihr die weiße Baum? Ich weiß übrigens immer nur nicht wie... Wie man das hier anpflanzt. Dass hier was wächst. Hm. Wächst da echt nichts. Ah, da ist es. So was ich suche. Jawohl. Habe ich? Habe ich? Habe ich? Boah, ist die... Oh. Craig. Krass. Yay. Juhu. Hab ich. Ich hoffe das war alles von... Tutorial. Äh. Endlich. Da leuchtet ich mir auf. Grillen. Hallo musst du das machen. Hallo musst du das machen. Weißt du wie das auf den Piss geht? Ja. Aber Gott sei Dank. Deine Karte haben wir ja schon. Äh. Gut. Die Karte. Ich gehe mal in die Höhle rein. Wir haben überhaupt so gut wie gar nichts geforscht. Ja. Habe ich ja gesagt. Es gibt noch viel zu viel was wir machen müssen. Vielleicht müssen wir auch noch irgendwann ein neues Häuschen bauen. Ja. Ich gehe weiter gell. Forsche ich ein bisschen. Okay. Vielleicht haben wir ja viel erforscht. Aber nachdem wir uns wurde... Upgraded haben wir noch nicht viel erforscht. Ja. Äh. Äh. E. diese Teleportation. Es sind noch zwei Höhlen wo wir noch nicht drin waren. Ja. Vielleicht geht es erstmal in die hier um Kohle zu holen. Ey. Wirst du mich verarschen. Was war das? Das war eh. Das war eh. Die verdammte Tutorial. Jetzt kann... Äh. Sagen wir die sollte diese Steine die... Weißt du diese zu... Holz... ...zu saugen. Weißt du die allererste was ich hier muss mir machen zu saugen. Diese bloggen und so weiter zu machen. Oh ich habe meine äh... Äh. Küste. Weste. Weste. Ja. Ich will selber seine Weste. Stand habe ich gefunden. Ah genau das wollte ich sagen. Stand. Ist das? Okay. Ähm. Ich gehe da mal wieder nach oben. Ich gehe mal in die andere Höhle nach Kohle gucken. Okay. Äh. Was wollte ich noch mal? Äh. Co? Gut. Was brauche ich für diese Scheiße? Aha. Aha. Okay. Dann muss ich alles zu hause machen. Aber was ich... ...villig machen ist... Was wollte ich das schauen? Okay. Back. Ah hier ist noch. Ah ich muss über... ...mehr... ...zu... ...süden gehen. Also Stand habe ich schon gefunden. Ich glaube du... Ich weiß nicht. Wie das ist. Wie das ist. Wenn ich... ...vorschaube, du siehst das auch oder nicht? Weißt du nicht gell? Ne weiß ich nicht. Wo sieht man überhaupt noch mal die Karte? M. M. Aber... ...tod ist... ...ich... Neja. Ich nicht. Da muss ja da muss selber... ...ja da muss selber ab... Ah doch ich seh dich auf der Karte glaube ich sie zumindest was bewegen. Ach. Ich brauche ja die Seile. Okay. st oder so ein pilzer nice muss erst mal was essen fast was passiert hier sind sie oder was das kürzels wenn es mich zweimal geblendet hat aber diese hat er ist schwach ja ich weiß aber der war auf einmal hier oben das irgendwie ich habe schon drei oder vier gekämpft und habe ich gewonnen das eisenschwert ist echt übel stark ja diese schweine und so die bekommt man einfach so schnell dauern da können nichts machen ok woher weißt du es gibt hündchen und so weiter hast du schon ein englische tutorial gesehen oder nö ich ich habe es mir einfach so gedacht weil man eier finden kann achso ja gib mir nicht auf den Piss die geben mir so auf den Piss sag ich dir hast du das ausgestellt dass ich mich zu dir teleportieren kann nein ok ich glaube das haben sie gepatcht dass es nicht mehr geht zu mir teleportieren oder was nein auf deinen komischen stein ich glaube man kann sich jetzt noch sein eigen ach vielleicht ich muss rei machen so ja kann sein ich werde vielleicht sagen hast du deinen teleportier stein mitgenommen ich habe eigentlich nicht mitgenommen wo standen der ich habe keine ahnung aber ich habe auf einmal bei mir aber ich weiß ich weiß ich jetzt habe ich tutorial gehabt dass ich sollte den teleport stein platzieren ja der ist nicht mehr da der hast du ihn mitgenommen du kannst dich nicht warte ich kann zu dir dich teleportieren lass deinen teleport stein ja ok habe ich habe ich eingestellt dass du dich zu mir teleportieren kannst achte ich bin so eine sammler leck mir amarsch ähm gut ähm ok jetzt bin ich an dem gebiet das äh kann sie mir äh jetzt äh jetzt jetzt bin ich an dem gebiet werde Zeit für schwer zu rauszunehmen ohne scheiß der vergiftet mich der hat mich vergiftet der asch ich glaube da wo du hinläufst da war ich schon ist das so ein sumpfgebiet ja 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 da war ich schon ich forschere einfach warum da habe ich diese giftinger bringen am besten alle giftsachen mit kann ich noch giftbomben bauen ja keine ahnung irgend so komische kriegst du nur von speziellen den töten einfach alles was du siehst also es ist gleich nacht gell schon wieder ja ja du bist so ein mühse fuck kannst du mich mal ohne scheiß ja ja ich muss das bauen mir ist schon klar ich könnte ich kann steinfenster machen oder glaube ich lass erstmal die holzfenster oder ja ok wir sind da ich forsch ein bisschen bis der ein bisschen habe ich wo bin ich überhaupt schon ein Stückchen bin nach unten gelaufen schon ok 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 ach du heilig ich habe neue monster versorgen gefunden so gut wie heißt sag mir mir soll ich stein äh no äh holzschwert bauen ja sagte mir auch gerade ach ich hab die gar nicht mehr ok 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 dann habe ich stärkeres schwert als holzschwert heilige heilige ähm ok 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 die sind schon monster da teleportiere ich dann einfach alle ich glaube das reicht auch wenn nur einer von uns schlafen geht ich spreche im ausbauen ja aber glaube ich nicht wo ist außerhalb von mir leckt was hast du da gemacht ich habe fenster eingebaut und meine diese lichter welche lichter die grüne blaue so das noch von weihnachten ich hatte keine lust die mann inventar umzuschleppen also ich einfach mal angebracht hier was machst du da keine angst das ist vorgesehen hoffe ich naja so mal sehen wo wie weit war ich schon ok dann gehe ich weiter da nur diesmal andere richtung ja da lang also ich baue mal unser haus noch um soll ich das diese leiter weg macht und eine kleine treppe bauen weil geht dann ja ich mach mal ich bin bei schnee gebiet jetzt muss ich rennen warum weil es bei mir werde kalt ich werde das schnee gebiet vorbe- äh weg haben ich will einfach schauen ob gibt es irgendwelche andere gebiete als diese welche wir sind heilvogel bestimmt gibt es noch stärkere monsters da unten wo ich habe ich gedacht auch weniger klasse weniger fenster ok die schnee gebiet vorbei wir brauchen sowas wie gasbomben ok hat genau gepasst ich war ein bisschen glaube ich zu schnell gerannt die haben nicht geschafft nachzuladen den spiel der das spiel hat nicht schrecklich nachzuladen ok gehe ich jetzt kurz dschungel schon wieder schon wieder bergen willst du mich verarschen zapfen schmerzuladen aha verstehe ach scheiße scheiße was brauche ich für diese absenzen und äh gut scheiß weil ich habe einen berg gefunden wo es in kohle ergibt aber ich habe kein extraktor dabei der scheiße so was bräuchte ich noch alter da oben gibt es so viel kohle leck mich am arsch wahrscheinlich ist kein extraktor dabei nein habe ich dir gesagt habe ich kein extraktor dabei also ich glaube die berg bestehen nur aus kohle oder ich mich irre ich irre mich weil sie sind so dunkel diese steine da habe ich gedacht das kohle ist aber das ist leider keine kohle gut wie weit musste ich noch ich habe keinen bock ganzes also springen wie ein beklopter meine güte jawohl ok noch mehr springen also angesagt so gibt es irgendwo vorbei endlich fertig ich gehe ganz oben schaue ich mir mal an jetzt zu ich war ganz oben nach dem auf dem berg gegangen ja da gibt es gar nix interessantes wenn ich da scheiße es gibt es noch nach unten ich habe eine miene gewonnen ok ich will jetzt weg scheiße ich bin ein arsch so ich würde aus ich würde aus scheiß ist gut gutes gefühl ja ok also geht die richtige ich habe mir Aua gemacht so so leiter ich werde sagen das war's für dieser kurze abenteuer special und wir sehen uns nächstes mal ciao